In diesem Video lernen Sie das Programm Adobe Photoshop Lightroom kennen. Das Programm verarbeitet Rohdaten praktisch aller Kamerahersteller. Es benutzt die gleiche Engine wie Photoshop mit dem Modul Camera Raw, hat jedoch ein komplett nicht destruktives Bedienungskonzept. Das heisst, die Rohdaten werden als solche nicht angetastet, sondern nur Metadaten erstellt, die die Bearbeitungsschritte für den späteren Export festhalten. Das Programm richtet sich vor allem an Anwender, die grössere Bildserien verarbeiten möchten, während Photoshop durchaus für die gelegentliche Konvertierung von Einzelbildern nahezu dieselben Funktionen bereitstellt. Lightroom bietet außerdem umfangreiche Funktionen zur Bildverwaltung, und zwar Datenbank gestützt. Im Gegensatz zu einfachen Viewern wie Bridge sind die Bilddaten in der Datenbank indiziert und können so wesentlich schneller verarbeitet werden. Zudem ist es auch offline einsetzbar, das heisst, es können referenzierte Bilder, die auf einem externen, nicht angeschlossenen Datenträger gespeichert sind, trotzdem mittels Metadaten und Vorschau-Bild bearbeitet werden. Erst für den Export braucht das Programm dann Zugriff auf die Originaldaten. Lightroom ist vor allem für globale Korrekturen am Bild gedacht. Im Gegensatz dazu bietet Photoshop dann kreative Bearbeitungsmöglichkeiten, die lokal im Bild wirken. Einzig die Entfernung von Sensorflecken und gewisse Korrekturen mit Verläufen können in Lightroom ebenfalls durchgeführt werden. Das Programm bietet umfangreiche Ausgabefunktionen für den Dateiexport, für digitale Medien und für den Druck. Adobe bietet Lightroom wahlweise zum Kaufen oder als Abo an. Lightroom ist Teil der kompletten Creative Cloud, kann aber auch separat nur zusammen mit Photoshop gemietet werden und ist dann wesentlich günstiger als die gesamte Creative Cloud. In zwei weiteren Videos dieser Come to Publish Ausgabe erfahren Sie mehr über das Bedienkonzept und die Module, sowie über einen Beispiel Workflow. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Techniken in Lightroom haben, melden Sie sich bitte per E-Mail, dann können diese Themen in den nächsten Ausgaben behandelt werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.